Okay, ihr seht hier, die nächste Programmvorschau ist am Laufen. Ein Punkt ist, die Deutschen sind schuld. Blackout-Gefahr in ganz Europa steigt. Tja, es gibt natürlich noch manches mehr. Könnt ihr dann schauen bei VK, Babyshoot, die sich den Trailer bei Wacomus TV aufrufen. Entsprechend den Link kopieren in die Browser-Teile. Ab damit und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.